Die Provokatoren kämpfen schnell und brutal. In Posita! Polos, greifliche Kampfstrategie! Das war schnell! Hat das überhaupt jemand gesehen? Ich hab's gesehen! Ein Stich in den Bein, ins Bein von Polos. Ein Punkt für Pumelo! Gladiator ist Impositor! Pumelo wird vorgesteckt. Er scheint uns entweder gelernt zu haben. Die Pektorale tut ihren Job. Die Brust ist geschützt. Das sind hier zwei sehr erfahrende Kämpfer. Achten Sie auf die Oberschenkel. Die sind ungepaar! Da kam der Gegenstich. Au! Ein Doppeltreffer! Wir haben zwei tote Gladiatoren! Wir haben kein Geld mehr! Das können wir doch besser! Gladiator ist Impositor! Halt es! Herr Verwarte! Halt es! Gut, Nörte! Gals! Gals! Okay! Da sind die Polos-Fähne! Wir haben einen Hütschern! Gals! Gals! Ein Schlag gegen den Helm! Und ein Gegenstich von Polos ging durch! Und dann die Erdwahl von Pumelo! 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 Und dann die Erdwahl von Pumelo!